Was ist die Idee von Julius Frack? Hallo, mein Name ist Julius Frack. Ich bin Illusionist von Beruf und Weltmeister der Großillusion. Es gibt ja auf dem Markt schon viele Bücher, mit denen Kinder und Jugendliche das Zaubern lernen können. Und unsere Idee war, ein modernes Buch zu schaffen mit einem ganz modernen Look, mit modernem Inhalt, mit Kunststücken, die auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sind. Und wir wollen eben jetzt nicht nur die Tricks zeigen, sondern wir wollen auch verschiedene Zaubertypen vorstellen. Da gibt es zum Beispiel den Tüftler, der so ein verrückter Wissenschaftler sein könnte, oder die Trickserin oder vielleicht auch ganz klassisch den Illusionisten. Und diese verschiedenen Zaubertypen zaubern auch bei verschiedenen Gelegenheiten. Das kann sein in der Clique, das kann sein in der Schule oder bei einem Familienfest. Und in diesen Rahmen eingebettet zeigen wir dann die einzelnen Kunststücke. Das Besondere an dem Buch ist, dass man die Kunststücke nicht nur lernt, sondern es gibt auch eine Bastelanleitung. Und die Kunststücke können von den Kindern und Jugendlichen zu Hause selbst hergestellt werden. Mit Materialien, die man ganz normalerweise, typischerweise zu Hause hat. Und da gibt es dann die Anleitung, wie die Kunststücke hergestellt werden können. Und danach die Anleitung, wie man die Kunststücke vorführt. Also meine Lieblingstricks sind ja Schwebekunststücke. Und da haben wir gleich mehrere im Buch. Es wird zum Beispiel gezeigt, wie man eine Person schweben lassen kann. Oder auch eine Nummer kleiner, wie man Wasser schweben lassen kann. Oder auch vielleicht nur eine Flasche. Ja, irgendwie muss man ja anfangen. Auch ich habe damit angefangen, dass ich Zauberbücher studiert habe, erste Kunststücke eintrainiert habe und gelernt habe. Und dann mich darauf aufbauend weiterentwickelt habe. Und wir hoffen natürlich, dass auch dieses Buch ein Einstieg ist für Kinder und Jugendliche. Das Zaubern immer weiter zu betreiben und ein schönes Hobby oder vielleicht auch einen schönen Beruf daraus zu haben. Deswegen heißt es auch, ich kann zaubern. Das Zauberbücher